So Leute, ich bin zurück. BF1 berichtet wurde auf jeden Fall schnell. BF ist bei der Games City 2015. Hoffentlich macht ihr nicht sowas wie Adel im Jahr 2011 mit der Gamescom. Und nicht wie Puls 4 im Jahr 2012 mit Aninat. Aninat 2012 habe ich auch gefühlt. Und schauen wir mal wie es hier weiter geht. Was sagen Sie dazu? Moni? Ja. Oh, sie ist schon bei Kapitel 2 bei Yomanka. Hört, hört. Echt lobswert. Wenn ich da kommentiere, ist sie schon bei Kapitel 2. Das Schild hat noch immer keine aufgestellt. Das, was der Wind umgeworfen hat, ab dem Fußball konnten es richten. Und jetzt fliegt eine Sowjetikrad weg. Sie stürmt davon und ja. Ich glaube, das ist sogar noch gleich der Wetterbericht für heute. Es ist stürmisch und sonnig und ja. Schauen wir mal durch. Ach. Der Fußball steht derzeit. Weil er auch hier etwas geleistet wurde. Oder wie der Fußball. Aber ja. die Fans stürmen. Wie beim Spielfeld der Ball loszureißen. Und der Sturm schafft es nicht. Moni? Der Ansatz. Wäre vorhin nicht, dass er dann wieder hingedingslert hat. Oder nicht durch das Fall. Das gewesen. Dann wäre der Ball jetzt eher weiter weg. Aber ja. Eigentlich geht es ja um den Bericht von RF. Die sind noch immer beim Drehen. Beim Versuchen. Irgendwas. Und wir hören jetzt den live Bericht. Falls man hört. Bis hier hin. Überrffentlichien. Bis hier ein. Okay. Genau. 2000. Sprach. Gericht ist im Feld. Hasan. Von Frankfurt. Darfne mac los. od Egyptians. prayingi. Ich werde nochmal mit. Vielleicht kommen lass uns. Das kommt. Was desk. Daniel Generation. Ich dem unboxing. Als erstes gehört, morgen. ja Leute, da läuft mir richtig, aber auch was, sind wir live dabei, Omoni ist bald im Manker, sehe ich schon vertieft euch darin, und ja, tschau.